Neues Spiel in das Club. Wir spielen mal mit Random Dudes und es sind ein paar bei mir im Team die gar nicht schlecht sind wie es aussieht. Ja ich denke ich folge mal im Farmies. Und dann schauen wir mal. Mein Mikrofon ist aus übrigens Fun Fact ihr seht es ich schau jetzt mal dahinten ihr seht ob das Mikrofon aus oder an ist hier unten wenn es so transparent ist dann ist es aus. Früchte Tag ganz cool drückt er drauf und dann geht es an. Okay er will an den Hafen das ist eigentlich ein ganz guter Startpunkt weil dann kann man wenn die Zone auf die Insel geht sofort rüber auf die Insel mit der Fähre. Das ist eigentlich praktisch. Schauen wir mal. Mich würde insbesondere interessieren wieviel hier runter kommen weil es war vorhin echt krass Crowder. Es sind alle aus dem Flugzeug gleichzeitig rausgehüpft. Ja das sieht doch manierlich aus. Ich glaube es passt. Die Scar ist top. Ich habe gerade ein Video hochgeladen wo ich mal alle Waffen so vergleicht habe und um ehrlich zu sein die Scar ist anscheinend besser als die M4. Aber noch da muss mehr gehen. Warte mal was ist das? Magazin. Der spielt die Dings. Der spielt die Beißen. Das ist ein Beißen Magazin. Das sieht so aus wie ein Schalldämpfer. Okay den haben wir. Jetzt haben wir nur noch 19 Schuss. Nicht so gut. Ich habe nur noch 10 Schuss. 5 auf 6. Jo, das wird nicht so. Mm-mm. Compere. Nope. Particle 4 Grip. 9 Millimeter. Das interessiert mich, 9 Millimeter. Okay, das ist doch schon mal besser. Machen wir das doch mal so. Das ist besser. Es ist jetzt nicht besonders elegant, was ich hier mache. Da kommen wir aus Barrel und... Ey, ganz ehrlich. Ich habe die Idee. Machen wir das so. Ja, passt. Mann, dein Alternativen, wenn's ganz ehrlich. 5 als Nahkampfkniffte. Nein, die brauchen wir. Passt. Soll ich denen noch sagen, dass sie ein Org legt? M4 und da ist die Org. Er schießt hier auf uns. Herr, what the fuck? Einzuschuss. Der Baller da drüben. Okay, ist gut. Okay. 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 Die Mörten da rüber. Das ist okay. Erstmal. Oh, ein Scope hier irgendwo. Er hat schon Autos. Sehr gut. Ja, also lassen wir das erstmal. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen vor 45er. Wir holen uns die Level 3. Quick Draw. Neuner. Braucht kein Mensch. Extended. Das schmeißen wir weg. Neuner weg. Das ist mir völlig wurscht. Die können gerne die Bots killen. Das ist mir egal. Ich brauche Munition. I have other priorities. Ich muss mich hier um andere Dinge kümmern. Ich muss noch ein bisschen looten. Ich wollte nicht sagen, let's go long range, sondern Vorsicht, da drüben sind Gegner. Ach, spielt noch einer die um? Ne, oder? Das könnte sein. Könnte sein, dass noch einer die umspielt. Das wäre natürlich jetzt nicht so gut. All das nämlich dazu führen würde, ich habe mir keine Idee, lasst mal was Schlaues machen. Mäusen. Ja. So. Also so kann man nämlich echt richtig viel Munition mitnehmen. Was machen wir mit meiner Buddys da? Die ballern immer noch da auch die Gegner da drüben, ist ja witzig. Irgendwie ist das irgendwie alles ein bisschen chaotisch. Aber hier in dem Star. Allein dahin pushen? Fucking impossible. Wenn es ein Team ist. Also wenn es ein Player ist. Aber ich sehe halt auch nirgends so ein Auto. GG. Ich brauche ein Auto. Ich hoffe, ihr überlebt das, was hier war. Ich laufe gerade von der Zone weg. Fällt mir gar nicht. Mal schauen. Haben sie jetzt mittlerweile alle Gegner gekillt oder sind da noch weh? Wir haben eine halbe Stunde auf die Typen geschossen. Dann müssen wir jetzt mittlerweile irgendwann am Ende sein, oder? Oder ist es noch einer? Wormex? Wormex? Das sind das Player? Ja. Knocked one of the guys. One like that. Und vor allem, weil hinter uns auch noch welche sind. Das geht doch bestimmt, oder? Okay, anscheinend nicht. Also, es geht schon, aber ich bin ungeduldig. Kommen die jetzt mit dem Auto? Car behind us. Ja, ist leider ein Problem jetzt. Leider ein Problem, keine Munition mehr, ne? Kennt man ja. Die gute alte SMG-Theorie ist gerade in den Urlaub gegangen. Da hat er mal wieder der Seidberg recht, wenn er sagt, ja, SMG ist nur so lange gut. Bist du mal so richtig mehrere Magazine auf ein Haus rotzen musst, äh, auf ein Auto. Ja, aber unsere Buddies machen doch doch alles platt, oder? Oh nee, jetzt sind wir auch noch in der roten Zone. Irgendwie geht das hier gerade alles wach unter, das Match. Langsam ein bisschen drauf achten, nicht, dass unsere Buddies genockt werden. Erstmal rein in die Zone. Und, ähm. Da sind doch bestimmt noch Studerinos, die sind ja hier gerade entlanggefahren, oder? Wart mal. Erstmal ein Energiegetränk reinschütten. Sind noch wer hier im Haus? Warum ist da ein Marker? Ah nee, okay. Oh mein Gott, Leute. Du bist mir mit? Was macht er denn? Guys, check the trunk, there are a ton of bandages. Nice shooting. Nice shooting. Okay, Aiden, wollen sie die Montage, ne? Sie glauben wahrscheinlich nicht an die Heilkräfte der Bandage. Ja, es sind alle voll, deswegen. Okay, alles klar. Muss es auch nicht. Okay. 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 Let's go. Cool. Ein Scope wäre noch cool. Ich habe leider keinen Scope, 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 also ein Vierer, na gut, das ist leider nicht das, was ich gerne hätte. Was hat er vor? Was hat er vor? Wenn du 300 schießt, muss ich noch ein bisschen warten. Wo wollen wir hin? Noch 23 Dudes. Was? 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 It's. No Team left. They go somewhere to front. Somewhere here. Newmark, bro. Ich denke, es ist Bluemark, es sollte Bluemark sein, ich glaube ich höre sie da, ich sehe sie Enemie, Enemie, Enemie Bluemark, hinter dem Baum Ich habe meine Rvm-Shots für die Bots Bluemark Enemie Ich muss nach der Boxen gehen und checken, ob es die Ammonition ist Keine Ahnung, was das für ein Match war Ja, das war ja einfach Das war einfach, falls euch sowas Spaß macht und vor allem, falls euch interessiert, was ich denke, während ich so spiele Manchmal ist es sehr erfolgreich, andere Male wiederum nicht so sehr Dann like und subscribe, dann kriegt ihr sowas immer mit Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao